Ja, ich habe das ganze System runtergefahren. Es scheint hier auf jeden Fall Probleme mit der Verbindung zu geben. Ich hoffe, ich kriege das noch hin. Das ist eine Ankündigung. 21.30 Uhr wird es heute ein Hangout geben. Ich werde da in erster Linie über die Ereignisse der letzten Tage sprechen. Ich habe wenig geschlafen. Ich habe Stunden Videomaterial gesichtet. Ganz viele Sachen habe ich gesichert auch. Und da wird der eine oder andere nicht so gut dastehen, wenn das nachher klappt. Ich habe mir das vorbereitet. Und zwar ist es natürlich auch so, immer dann, wenn man mit gewissen Leuten vielleicht in den Durch geht, ist es vielleicht auch wieder an der Zeit, neue Bündnisse einzugehen, neue Bruderschaften zu schließen. Und ich hoffe, dass das nachher funktioniert, dass die Verbindung dann auch stabil genug ist, dass ich euch eben mal präsentieren kann. Ich habe mich auch schon mal, ja, vielleicht sogar ein bisschen abfällig über diese Person geäußert. Aber ich denke mal, in jetzigen Zeiten werde ich dann mit den ein oder anderen mal so richtig schön zeigen, was lang geht. Ja, ich bereite es jetzt hier noch vor. Und ganz nach dem Motto, wer Wind sieht, wird spüren. Ja, ich denke mal, ja. 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 Ja, ich denke mal, ja.